hey leute was geht herzlich willkommen hier zurück beim aufnahmeversuch nummer zwei weil ich habe beim ersten mal doch vergessen das ganze in 4k und 60 frames zu recorden und ja das wollte ich eigentlich nicht deswegen machen wir jetzt den zweiten einlauf ich habe mir gesehen habt auch schon geraucht und typisch für mich ich weiß aber naja sei es drum wir können das ganze natürlich trotzdem machen heute geht es mal wieder um einen neuen tabak was heißt neuen tabak der ganze tabak ist schon eine weile draußen aber ich wollte euch gerne mal vorstellen und zwar geht es heute um den hukain peach skittles ja das ganze skittles wird euch wahrscheinlich schon mal was sagen hukain hatte da schon mal einen tabak den cherry skittles was war das ganze eine kirche und skittles also skittles diese süßigkeit das ganze hat hukain jetzt hier mit dem peach skittles nochmal mit einem für sich gemacht also ja für sich süßigkeit oder für sich skittles halt das ganze ist aus der hukain plus reihe das heißt verbesserter schnitt der tabak ist jetzt kein reiner virginia mehr sondern virginia mit burley gemischt deswegen habt ihr ein paar schwarze stückchen hier drin und die verwenden jetzt neuen grund tabak der hat die molasse einfach noch mal besser aufnehmen soll und ihr dadurch nicht mehr die hälfte der dose komplett voller molasse habt das kann so kostet 200 gramm für 16 euro 90 und an der stelle noch mal ein lieben dank an den nick der mir den tabak für dieses review zur verfügung gestellt hat hat den sein instagram findet ihr in der beschreibung könnt ihr sehr gerne mal ab checken dann riechen wir mal dran also ihr habt wieder diese ja süß beißende note fast vom skittles also was bei den cherry skittles auch schon war was diese süßigkeit riecht er halt schon ziemlich gut raus und dann halt so eine für sich note die an den eistee finde ich erinnert zum schnitt kann ich sagen ja hukain typisch sehr schöner mittlerer schnitt lässt sich gut bauen ihr habt ja allerdings in der dose habe ich jetzt ein paar ästchen drin ja die machen das ganze aber auch nicht weiter schlimm klar schöner ist es ohne ästchen aber ja ich finde das geht klar ich zeige den euch mal ja zum molasse die sehr gut eingezogen ja ihr habt nicht mehr so viel überschüssige molasse wie sonst ihr habt eigentlich gar keine mehr kann ich sagen und ja ich als für sich liebhaber bin natürlich sehr gespannt wie der sein wird mein lieblings tabak ist bis jetzt das 7 days cold peach wovon ich auch noch ein gutes kilo da habe und ja einmal sie war massiv kommt so danach das ist auch für mich ein guter für sich und dann ja adalia berlin nights drängt sich da vielleicht sogar so auf platz zwei noch mit vor der ist auch ziemlich gut wie ich finde der ganze tabak hat allerdings auch kein minze kein menthol es ist auch der erste tabak von hukain der tpd konform war ihr könnt da natürlich trotzdem minze nach belieben hinzufügen in form von drops hukain hat da schutz hat steine ihr könnt natürlich auch holster booster reinmischen oder sämtlichen anderen minz ersatz von daher ja erstmal so bewerten wir es aber natürlich ohne das ganze den kopfbau blende ich euch jetzt mal hier im schnelldurchlauf ein und dann sehen wir uns gleich zum rauchen wieder so willkommen zurück freunde kopfbau habt ihr gesehen heute mal im guten vollkontakt mit drei kohlen lotus 1 und ich habe vorhin schon gemerkt ich habe das ganze ein bisschen zu fest gebaut also wird die rauchentwicklung jetzt nicht so brachial sein ich habe allerdings gestern schon mal in den kopf geraucht und kann sagen die rauchentwicklung geht vollkommen in ordnung wir reden trotzdem nicht lange drum herum und nehmen hier mal den ersten zug vom hukain peach skittles rauchentwicklung geht jetzt mittlerweile doch ganz klar also rauchentwicklung vollkommen in ordnung habe ich nichts zu meckern dann kommen wir zum geschmack wie gesagt kein minze kein menthol ihr habt vordergründig eine sehr sehr süße note von diesen skittles also diese süßigkeiten note die da drin ist ist mega mega süß ja und die für sich note ist wie ich finde eine mischung aus einem künstlichen 40 und einem natürlichen für sich ganz ganz schwer zu beschreiben ist eine sehr komische für sich note habe ich jetzt auch nichts womit ich die vergleichen könnte also für sich ringe von haribo wie man sie kennt sind es jetzt auch nicht ist eine sehr eigene für sich note sehr sehr für mich sage ich gleich ist es kein all day tabak er ist okay hätte ich mir jetzt gekauft würde ich mir ehrlich gesagt nicht noch mal kaufen mir gefällt die für sich note bedingt gerade auch dieses extrem also jetzt wirklich extrem süß gefällt mir jetzt auch nicht wirklich es ist keineswegs ein schlechter tabak man kann hier auf jeden fall mal rauchen gar kein thema aber das wäre für mich auf jeden fall kein tabak den ich täglich rauchen würde also wenn ihr auf der suche seid oder wenn ihr einen süßen tabak allgemein mögt und auch einen süßen sehr süßen für sich dann ist der ukrain peach skittles was für euch ansonsten würde ich vielleicht sogar die finger davon lassen für mich wie gesagt kein schlechter tabak er ist okay man kann ihn rauchen aber ich würde mir keineswegs ein zweites mal holen und von daher bleibt mir nichts weiser zu sagen außer lasst mir gerne ein like da über ein abo würde ich mich riesig freuen und bis dahin macht's gut bis zum nächsten mal hier bei mai mai x